Achso. Runenschwert? Das ist bestimmt für Cloud. Hört sich richtig fett an. Runenschwert. Puh, das ist aber nicht mehr verbunden dann. Habe ich da irgendwie alle gesockelt? Aber alle und fernen Angriff bringt sowieso nichts. Gut, dann können wir das machen. Dit können wir machen. Hier, jetzt mache ich mal hier einen Aufruf weg und irgendeinen davon ist ja egal. Und hier, die Tiffa hat doch so viele Sachen. Die hat Kälte, die hat Feuer, jetzt kriegt die Kälte weg. Dann hat Cloud nämlich auch mal einen coolen Zauber. Der hat ja nur Beben. Beben ist ja bei den meisten Gegnern irgendwie doof, zumindest wenn die fliegen können. Jetzt hat das schon mal Kälte. Jetzt hat jeder etwas. Der eine hat Blitz zwei, der eine hat Feuer zwei, der andere hat Kälte zwei. Haben wir so alle möglichen Elemente abgedeckt eigentlich. Oh, zwei Schwingen. Kuh. Ach, meine Fresse. Wollte ich doch nicht. Reihe. Schon wieder. Ach. Oh, das geht aber hier ordentlich voran mit dem Limit von Mittelfahr. Und Feuer. Und Blitz. Jawohl, der ist da drauf mit Feuer zwei, dann lohnt sich eigentlich schon gar nicht mehr. Aber egal. Meck. Ja, oh, das Schwert sieht, naja. Ich fand das davor schöner. Aber wir sind ja nicht auf dem Schönheitsball. Ah ja, hier ist richtig. Hübsa. Ach, guck mal, die Brücke wurde repariert. Wie nett. Hübsch. Man kann da durch, cool. Dann gehe ich mal durch alle Rohre. Dann gibt es bestimmt irgendwie dann in irgendeinem Rohr aus bestimmt ein Geheimnis. Ach, guck mal, die Tentakelviecher. Ist ja hier Nova in der Nähe. Beim letzten Mal war ja auch hier Nova in der Nähe. Downstair. Äh, runterstarren oder so. Oh, der bewegt sich nicht mehr. Äh, fuu. Äh, sind wir tot, wenn alle Downstair sind? Ich hoffe ja mal nicht. Absorbieren. Äh, verdammt. Ah ne, der bewegt sich wieder. Ja, dann absorbieren wir mal den Fisch. Aber wir machen mal Raum. Stirb. Ja, lecker. Der Gebär. Jawohl, Äther. Nicht schlecht. Ja, Specht. Stirb. Mach mal Raum. Äther sind gut. Für unsere Heilerin. Ja. Komm, gib den Äther. Scheiße. Ah, der wird dann wohl nix mehr mit dem Stehlen. Ja. Egal. Hätte ja funktionieren können. Aber einen haben wir geklaut. Besser, äh, geklaut. Ge- Klaut. Haha. Weiß ja Bescheid. Fuh, da ist ein Speicherplatz. Aber kommen wir hier auch wieder nach oben irgendwie? Hier die Leiter vielleicht. Kommen wir hier durch, zurück? Ne. Wie komm ich denn hier wieder hoch? Gar nicht, oder wie? Scheiße. Ach, fuu, ey. Guck mal, da ist eine Kiste. Die wollte ich mir angucken. Und da, äh, das ist ja ein Endgegner, oder wat? Äh. Alter, hieß was los? Ne, Endgegner. Da steht zumindest so einer rum. Hab ich Angst vor. Da machen wir jetzt Blitz. Und Feuer. Ich bin wieder auf den Sack da. Downstairs. Ich schau euch in... Ich schau euch runter. Downstairs. Scheiße, ich kann mich nicht bewegen, ey. Fuh. Aber ich noch. Feuer. Auf 600 bei den Heuschrecken. Geht ja mal ab. Ach, das gibt's doch nicht. Pff. Äh, ich hab's nicht mehr drauf. Ich hab's verlernt. Absorbieren. Ja, jetzt... Oh. Mach deine, Leute. Flachlegen. Jetzt reicht's hier mit euren Flachleger-Scheiß. Blitz. Yeah. Äh. Vierfach-Kill. Also Multi-Kill. Kann man's nennen, ja. 1700. Alle plus eins. Jawohl, so seh ich das gerne. Auch wenn alle mit nix kombiniert ist beim Cloud. Ob wir da nochmal hochkommen irgendwann? Ich hoffe es doch. Speichern hier mal. Und nehmen ein Zelt. Puh. Ja. Können wir hier hoch? Da oben ist doch was drauf. Ne. Ach, da ist auch ein Loch. Ein Loch. Also eine Röhre, wo man raus muss. Ach, hoch können wir da jetzt nicht mehr, ne? Scheiße. Ach, puh. Hier kann man auch, ja? Da müssen wir den nicht verkloppen. Gefällt mir. Haha. Wir schummeln uns hier davon. Wir machen... Wir kloppen den Endgegner nicht kaputt. Wollte ich aber eigentlich. Wahrscheinlich wären wir sowieso gestorben. Der sah so böse aus. Wie so ein Riesenskorpion. Und eine Riesenspinne. Von Endgegner hab ich sowieso genug hier im Moment. Jawohl, Granate. Lohnt sich, weil noch weine leben. Granate. Fire in the hole and burn. 300. Das hat auch mal mehr abgezogen. Weil ich nicht mal bei 600. Stirb. Heuschreckenplage. Oder wie heißen die? Ey, ich will... Ach, ja. Knopf nicht gefunden. Da wissen wir auch nicht, wie die heißen. Oh, Level für Tiffa. Ja, die Frage ist... Wir gehen mal hier unten in die Höhle. Gucken, wo das hier... Ach so, hier. Hier waren wir ja schon mal. Hier geht's doch zum Reaktor. Aber hier wollte ich eigentlich nicht lang. Noch nicht. Ah, guck mal. Perfekt. Hier ein Geheimnis entdeckt gleich. Hallo. Wir sind doch schon fast bei der Truhe. Wir sind nur noch ein paar Zentimeter entfernt von uns. Ach, schon wieder die Viecher, ey. Die gehen aber mal auf den Sack, ne? Diesen Downstair-Scheiß. Natürlich auf die, die heilen wollen. Wetten, wetten, wetten. Ja, natürlich auf die Heiler. Wer lang... Ja, jetzt auch noch auf Cloud. Ja, dann... Spannen wir uns ne Hunde und schlafen. Boah, ist ja nervig. Oh, der Werte Herr Barrett, der macht was. Perfekt. Ja, das lohnt sich jetzt nicht mehr. Egal. Kaputt. Ja, wir haben gewonnen. Level für Barrett. Oh, ne, Äther. Wie komme ich denn da hin? Geht's hier her? Ach, guck mal. Ah, man kann da unten so durchrennen. Pff, hat sich voll gelohnt ein Elixier. Hat sich voll gelohnt. Weg, 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 weg. Ja, natürlich zieht der 790 ab. Oder 920. Ist ja auch ein Drache. Wie kommt der überhaupt hier in die Höhle rein? Hast du den kleinen Eingang gesehen? Ach, puh, jetzt mach ich denn auch noch sauer, indem ich draufkloppe. Ich bin doch doof. Schnell weg, ey, bevor der hier irgendwie Flammenwurf auf alle macht oder sowas. Ah, ne, der hat wohl mehr Hunger. Ach, rennt doch weg, Kollegen. Nicht mehr angreifen. Nein, Flammen. Wir sind tot, glaub ich. Ach so, das geht nur auf einen. Na ja, dann. Ah, puh. Ey, ich weiß nicht, was die sich dabei denken, solche Gegner hier zu platzieren. Das will nicht in meinen Kopf. Ja, da muss die Heilerin wieder ran, wir haben nix mehr. Pff. Ach, guck mal, ein süßes Drachenmonster. Ach, wie süß. Das wollte ich schon immer als Haustier haben. Oh, guck mal, wie putzig. Verpissst euch. Na ja, Heuschrecken können von mir aus kommen, die können nix, die können nur flachlegen. Feuer hat viel abgezogen, hier noch ein Blitz und dann sind die weg. Jetzt laufe ich hier noch ein bisschen rum und im Notfall ist gleich einfach Ende, weil wir haben ja vor ein paar Minuten gespeichert. Wenn wir hier unten nicht her müssen oder so. Hopp schon. Feuer. Jawohl, er ist jetzt schon weg. Und der Rest von den Gebrüdern folgt zugleich. Jawohl, weg. Alter, das ist hier gut. 170 AP auch noch. Richtig gut zum Aufstufen hier. Hier ist gar nix. Nur ein Loch. Gut, da gehen wir jetzt hier mal lang. Ach, hier sind wir mit Zephirot um mal her gestapft, ganz am Anfang. Keine Ahnung, Matthias. Äh, wie laufe ich denn da rum? Bin verwirrt. Und wieder ein Drache. Ne, Heuschrecken. Und so besser. Hier Feuer und der Rest greift an. Feuer macht die ja schon fast allein fertig. Oh, Tiff hat Limit. Ja, 680. Ich hau's herein, ey. Ach, Leute. Ich bin zu doof. Für das Limit. Und warum hat Tiff noch nicht der dritte Limit gelernt? Mit so langsam Zeit hier eigentlich. Ist ja schon genauso lang dabei wie Barrett eigentlich. Oh, Cloud. Ja, gut, nicht ganz. Aber fast. Level up. Ich guck mal nach. Vielleicht haben wir das schon längst nur. Ne. Limitstufe 1. Das ändert sich irgendwie auch nicht. Warum auch immer. Hier ist ja gar nix. Der läuft. Bin ich hier für Nottingen gelaufen oder was? Ja, das sind natürlich die besten Wege. Oh. Oh, Leute, Leute, Leute. Oh, Pff, ja. Ich glaub nicht, dass wir jetzt noch einen Speicherpunkt finden werden. Hier irgendwie. Bäh. Stirb. Vor allem, wie kommen wir jetzt weg? Hier geht's ja nur noch zum Reaktor und dann ist Ende. Der Weg führt keinen Weg zurück irgendwie. Außer der könnte da hochspringen. Wo wir da aus der Höhle rausgekommen sind, werde ich mal bezweifeln. Guck ich mal. Vielleicht geht halt ja doch. Hm. Bin verwirrt. Ja, aber Level für Tiffa. Die hat's auch nötig. Die hat ja nur immer als die Tausender Marke geknackt hier mal im Leben. So, hier, der kann weg. Ach, Mann. Ich will nicht kämpfen jetzt. Ich hab's eilig. Das ist immer das gleiche, wenn man's eilig hat, dann... Ich renne jetzt weg. Klopp dabei aber drauf. Schnell, 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 schnell. Kein Gegner, kein Gegner, kein Gegner, kein Gegner, kein Gegner. Schnell, 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 schnell. Kann man hier hoch, 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 kann man hier hoch. Nebenwirkungen haben wir noch schon mal gefunden. Jetzt haben wir schon zwei davon. Toll. Gibt es hier zwei Wege? Können wir da hier so? Nö. Aber hier. Hä? Daran erinnere ich mich überhaupt nicht, dass wir mit Zephirot hier durchgerannt sind. Wo bin ich hier? Alter, das ist ein Labyrinth. Uah. Boah. Ohne Truhe. Sniper CR. Was auch immer das ist. Was ist das hier so grün am leuchten? So schön. Ah, so schön am leuchten. Ich renne schon mal weg. Das sieht ich mir hier ab. Wo es grün leuchtet, gibt es grüne Drachen. Hier, mach mal rauben. Vielleicht gibt es ja was vom Drachen zu klauen. Bevor wir hier drauf gehen. Uah. Und? Goldarmat. Cool. Schnell weg, schnell weg, schnell weg. Wir haben die Beute vom Drachen. Ah, gib meine Beute wieder, ihr Säcke. Goldarmat. Was ist das denn? Hört sich auf jeden Fall goldig an. Äh. Ja. Ausrüstungsgegenstand, das habe ich mir schon gedacht. Ah cool, mit Verbund. Nehmen wir. Da können wir jetzt da ein bisschen umskillen. Und zwar hier, Kälte. Da machen wir dann alle rein. Perfekt. Yeah. Jetzt haben wir auch alle mit Cloud als Zauber. Nur muss das sein. Und? Ja.